Herzlich willkommen, liebe UV-Leser, hier auf dem Wilhelminenhof auf unserer Ziegenweide mit Henriette dem Jungesel. Henriette ist auch besonders eselig, obwohl man das jetzt nicht sieht. Aber vielleicht liefert sie uns gleich noch eine Kostprobe. Die Tiere, die hier auf der kleinen Weide laufen, zusammen mit dem Eselfohlen Henriette, sind allesamt Handaufzuchten. Das heißt, das sind die Lämmer aus den letzten zwei Jahren, die aus irgendeinem Grund nicht mit ihrer Mama klarkamen und mit der Flasche aufgezogen wurden. Entsprechend zahm sind die auch. Das ist Hannelore. Ja, und Henriette muss den Ziegen Gesellschaft leisten. Henriette ist ein Stutfohlen aus dem letzten Jahr und sie darf mit den anderen Eseln noch nicht zusammen auf die Weide, weil sie würde dann zu früh vom Hengst gedeckt werden. Also muss sie erst mal hier mit den Ziegen zusammenstehen und noch zwei Jahre wachsen. Ja, wir wünschen allen Lesern der OV eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr mit vor allen Dingen Gesundheit. Und das wünscht Henriette auch. Na?